mit alternativen, neuen Ideen die Welt zu gestalten. Unser gemeinsames Projekt, die lebenswerte Gemeinde der Zukunft. Klaus Fronius, was bewegt Sie, dass Sie an diesem Kongress in Salzburg teilnehmen? Erstens einmal mein persönliches Engagement, weil ich mich für den Inhalt von jeher schon interessiert habe und auch mit begleiten möchte. Klaus Fronius, warum sollen die Menschen zu diesem Kongress am 19. September in Salzburg kommen? Diese Leute sollen erkennen, welche Möglichkeiten bestehen, um mit alternativen, neuen Ideen die Welt zu gestalten. Österreich mit inbegriffen. Tickets, jetzt über Ü-Ticket, bei allen Raiffeisen und Volksbanken sowie Sparkassen. Dein Talent wird jetzt gebraucht. Prominente und authentische Wertebotschafter unterstützen uns dabei. Baldur Preiml, Barbara Stöckel, Sepp Forcher, Gudrun Pflüger, Erwin Thoma, Rupert Mayer, Helmut Mödelhammer, Gregor Sieböck, Karl Siekatzleitner, Erika Pichler, Heidi Penteling, Elisabeth Fuchs, Familie Hauser vom Stangelwirt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017